Hi, mein Name ist Leo. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin super gerne in der Welt unterwegs. Und das sind die Gründe, warum ich die Wildcard bekommen sollte. Für The Race bringe ich das richtige Mindset mit. Ich liebe das Unbekannte, habe kein Problem draußen zu pennen und ich kann gut Leute überzeugen. Momentan bin ich in Skandinavien mit dem Motorrad unterwegs. Beruflich bin ich Filmemacher. In meiner Freizeit versuche ich mich an Parkour. Tricking, Inlineskaten, Skateboard fahren, Motorrad fahren und anderen Dingen, die mir Spaß machen. Da bin ich ganz offen. Und manchmal gehört auch dazu, dass ich draußen campe. Ich sollte mal duschen. Reise und Tramp-Erfahrung bringe ich auf jeden Fall auch mit. Reichte Überforderung hier. Gereist bin ich schon durch Südostasien, in Europa ganz viel. Getrampt bin ich in Thailand, in Kroatien, in Deutschland, in Frankreich. War bisher alles gar kein Problem, da habe ich immer Bock drauf. Ich glaube, die größte Herausforderung könnte das Wetter werden. Ich bin nicht so sonderlich der Fan von Regen, Schnee, Kälte. Aber wenn es so sein sollte, dann nehme ich die Herausforderung an und habe richtig richtig Bock drauf. Schöpfe. Der Schöpfe.